Ja nun herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free Ja wir zocken nach dem kleinen Infovideo jetzt auf Oman und wir sind natürlich dabei mit unserem Pionier der ein kleines Outfit hat Wir hatten über das Outfit das ist schon fast alles was man dazu sagen kann das bringt dir grad wenig So tschüss Das war ein Sniper, da ist kein Sniper We representative Da ist ein Sniper So jetzt fok Jetzt fok das ist auch ich schaue er wird sich noch über das spitzige ob er vor allem ist es und der kommentar angeht neben mir neben dieser er hat gesagt ich habe ein kleines neues ausfügt unser pionier Sieht jetzt so aus hier, sehr geil, mit vollkündiger Rucksack und kranker Deutschland-Uniform und natürlich kranken Baumeister, der Baumeisterhelm, so. Baumeisterhelm, nee, das ist ein cooles Outfit, dann haben wir natürlich noch eine Motorradfahrermaske, so ist man nicht tot, siehst du? Oh, ha, ha, du wärst fast tot gewesen, dann bist du tot. Ouch, ist geil, vielleicht ist es nicht ganz so sinnvoll, mal nach A hinten zu gehen, sondern mal, ich geh jetzt mal woanders hin. Ja, wo willst denn du hin? Ja, warte mal. Jetzt, jetzt kommen wir noch kranken, mit kranken, bleib, mach mal Warnschüss. Nein. Warum nicht? Du willst auch da? Nein, wollte ich auch nicht, weil ich nicht auf das Auto rufen. Dann warte auf das Auto. Wartmodus. Och, Mann. Was ist doch besser? Die wird im letzten Moment noch runtergerogen und rückst noch runter. Nein, krieg ich nicht. Das war ja auch nur ein Versuch. Du sagst das. Ach, Alter, was ist denn los? Die machen dauernd auch, Wolke, das bringt den. Nein. Ich werde jetzt bestimmt wohl einen Slipan weggeholt. Nein. Ja, ich bin wieder schlecht, wir müssen uns erst wieder einzocken. So, das ist jetzt schon so, so, das ist schon sehr lang, heute. Nein, so lang auch noch nicht. Ne, ich glaub, der ist nicht mehr. Ne, das war nicht mehr drin. Wollt ich sagen, hab ich ja. Oh, und wenn ich jetzt erst durch die Heddy durchzuschießen, dann sind Kekse. Ich hab nicht getroffen, weil, oder? Entweder hast du nicht getroffen, oder durchgeschritten. Du beides. Das war alles. Komm, du. Doch, doch. Aber man kann ja theoretisch durchschießen, das geht ja, und praktisch ist auch ein bewiesen. Jetzt, Junge, wo... Was? Wie krank, Ernst. Fünf. Nee, das war nur der Nachschade. Ich sag's mal wieder, Alex, das ist nur der Nachschade. Und jetzt spawnen die auch alle hier, ne, heute ist es krank. Na, nee, krieg ich nicht mehr. Ich hätte es dabei abschließen müssen. Ja, aber nicht mit der RPG. Ja, aber mit der Dingensier. Mit der kranken Wache. Ja, ich hab auch gedacht, dass es von uns so ist, der Typ. Ja, weil er so angefahren kam, ne, und da dachte ich mir einfach, gut, das ist einer von uns, den... Das ist der Hugo. Okay, gut. Was bringt's nicht, den hier wegzuholen? Autsch. 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 Ja, da haben wir auch schon gewonnen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen leiser im Let's Play, was eben nicht passieren wird, weil bei der nächsten... Aber groß ist der Leiter sein, oder? Ja, wir sind halt immer mal ein bisschen laut, das ist so toll. So, das ist so. So, die ganze Weltsteiger hochschraubende. Ja, dann sind wir jetzt 75 und 70 Kredits gekriegt. Gut, wir waren nicht lange im Game-Walter. so übrig bis zum nächsten Rang sind noch 42.000 Spiel, das soll heute heute und morgen geschafft werden. Naja, wenn ich so bis um 9 Uhr so betätig bin, dann ja. Was bis zum 9 Uhr bleiben, dann wird die Zeitung immer noch nicht da sein, dann macht man eine krankere Runde und dann haben wir es irgendwann aber auch geschafft. Wir gehen mit frühen Zeitung, wie auch immer. Jo, wir nehmen uns den 8. Ah, der hat den schon jemand genommen, das muss mich eigentlich noch verarschen. Guck mal, der Haussag guckt, auch beim Film. Ist doch super. Jo, wir haben jetzt so einen neuen Outfit, das haben wir uns, was? Das ist so, wir haben jetzt einen neuen Outfit, also, das haben wir uns nicht jetzt erst geglaubt, wir haben ja gesagt, wir geben nicht mehr Geld, das ist der Betracht. Und ja, das hatten wir schon länger, haben wir nicht, das ist immer noch mal dabei, das ist auch alles so zusammengewirkelt, hier unsere Kranke. Und ja, wir haben ja unsere Kranke. Was holst du, du musst kranketragen? Ja, warte. Ja, das hat schon jemand geholt. Nee, das hat nicht. Bam. Bam. Bäm. Fangen wir hin auf die Kranke Formstation, also. Formstation. Wie ist denn so ein Alter, dein Name? Also, du hast gerade drei Leben verloren, weil du eine scheiß Palme gefahren bist. Ja, Palmen sind böse. Oder Palmschaden, also. Das ist der neue Name, oder Palmschaden. Es gibt ja krankes Palmitinöl, das ist besonders fetthaltig. Wusstest du das? Ich hab schon heute Chemie gelernt. Einmal haben wir da stürmen voll drauf, aber Palmitinfett. Kein hierhin stürmen, bringt er jetzt also irgendwo hinstehen. Hier hinten ist geil. Das bringt mir irgendwie nix jetzt, mich jetzt hier zu stellen. Weil das hat nicht so was zu tun. Wenn du jetzt klickst, steht auf ETR nicht da. Ach scheiße, der war schon dauernd. Da ist schon dauernd. Ah toll. Der hat ja verdammte Acht, oh scheiße, die bist tot. Da ist der Dr. Panzer, fuck. Dr. Panzer. Dr. Paul Panzer, Dr. Panzer. Dr. Panzer. Jetzt kannst du ordentlich drauf hören. Und die sind? Ach so, Junge. Defensiv, und da ist noch einer. Okay, oder was? Ne, das war kein... Bei gräfischen Geh, da steht noch einer oben auf. Ja. Oh, Edi. Schieß einfach mal wegfahren. Wegfahren, komm mal wegfahren. Da blieb da. Da flog er. Oh, wie benutzt Deutsch, kann man nicht als... ...Sterb. WTF! fahrrad war auch vor Ort auf den Vorbilder das war ein Panzerlose wir haben einen Sportartiger gleich bei W damit wir uns feinrechten können das kann ich dir ernst sein das ist ja ein Wiesen und das Schienen des Süßes es ist ein Schrank an die Sonne der Schranke schießt das ist nicht erst und die Hochschule das ist ein Scheiß das ist aber auch ein letzter Sekunden mit dem Kopf drauf die 2 8 oder 4 Leute zu tun ist ein medifact ich glaub meiner Meinung zu viele ich stell dich an den Baum warum löst du den auch so dumm? das ist wie hier front wo kommt der her? wo ist nackt der mich? ich glaub zu teilen echt? ich hab grad zu ich geh mal kurz gucken ich sag dir was so ist zock mauch schwein ja Autsch, mit der OZ hat er mich gekillt, der Penner jo ähm wie sieht der denn aus, Junge und schwarz ich zieh'n schwarzer aber, Junge, wie sieht der aus? ich zieh'n schwarzer aber, Junge, wie sieht der aus? gut, ja, natürlich keine Chance hier zu existieren auf diesem Niveau oh, die Tür wird wirklich gesnipet hier das ist nicht so toll man nüt nüt? nüt 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 da ist anscheinend grad jemand da hingegangen und hätte die Tür auf und so gemacht aber wenn wir hier mal ordentlich eine RPG reinziehen, was ist denn dann los, hä? überhaupt nichts ja, ich hab nichts man müsste vorher treffen jetzt kannst du noch mal probieren das war's boah, zwölf zwölf, aber das ist zwölf, bin sie sich jetzt zwölf? okay, Junge du könntest dich jetzt auch in den Panzer reinsetzen das find ich mir nicht what the fuck waaaaaah 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 waaah 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 Gramm waaah 5 wاah Frache gegen meine MP5 WTF Alter was läuft bei denen in der Augen Ohhoho WTF Hörlich Oh schön Sogar ein Kopf drauf Oh Junge Warum kommt kein Medic hierher Was denn Wo war die denn Mann Ach dein Blubblast Ja der ist aber auch 7 zu 1 für uns 25 in Akut 110 Gesundheit Das müssen wir auch mal noch Skillen Machen wir es auch mal Auch was bringen wir durch diese 10 WTF nein ich hab's Team gewechselt Och nein Ich hasse Team Switch Ich hasse es einfach mal nur Team Wechsel heißt das Trotzdem hasse ich es Warum macht das jemand mit mir Fuck man Und jetzt wär ich auch noch von diesem Scheiß wieder getötet Da war einer rechts Mann es kotzt mich an Und ich treffe noch nicht mal Junge Ist das dein fucking ernstes Junge Junge Ich war grad noch bei euch ihr kleinen Penner Und jetzt Was ist denn jetzt Warum sind wir jetzt in dem Scheiß Team Weil du das bist Du bist denn Ja Das ist Das kann es nicht mal so was von einem Bier Ja Ha Ja ich bin Ja ich bin Ja ich bin Das ist ja noch noch aber trotzdem Wollen wir in dem Scheiß Team Weil die welche gebraucht haben im Scheiß Team so erledigt aber auch einer ja ich muss noch wie das mal hier nachladen und dann richtig krank er wolle das konnten auch irgendwie nein ich bin scheiße sich ins Team gewechselt habe und deswegen lassen den Frust raus Leute killst oder einfach mal oder killst nein das ist ja nicht aber also wenn es stimmt dann gehen dann funktioniert es nicht 3.000 Punkte mal 1 zu 3 so muss das doch sein ja also es trotzdem bin sich warum haben wir denn jetzt in die Woche Mann ey wie mich das wieder ankotzt Soldat 13 das Soldat für Team Wieser was macht er denn jetzt ja ich bin ich bin so da jetzt ist auch jemand von dem Borgang Dein Ernst Junge das war doch auch schon was läuft denn bei dir schief meint Nein! Oder wie man auch sagen würde Flächenschaden. Oder man lässt es einfach! Dann läuft doch einer! So, noch reingekillt. So, komm. So. What the fuck? Was ist denn dein Problem, ha? Im unten bleiben. So, das war's auch schon wieder. Ne, 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 ne. Was nicht? Man, ich weiß nicht, wie das ankommt, gerade. Ja, kannst du deinen Eiffel holen. Trotzdem, was soll das? Ich weiß es auch nicht. Niederlage, dein Ernst. Das grünen ist jetzt krank. Das hypnotisiert ja. Was ist denn dein Problem? Da könnte ich so kotzen. Das ist doch so schlimm. So, jetzt sind wir auch noch US-Soldaten. er hat ja auch nach einem kurzen stopp geht es auch schon wieder eine erweilweilweilweiler bei der Klinik hätte er nicht mehr probiert und scheiße so hoch konzentriert ist nichts sagen kann euer Woll zwar im Alter von Weißen es geht jetzt auch schon so wohl ein weiter der UNP 45 drei Jahre mehr wir haben im letzten als es ist nur noch ein Anhänger Anhängsel Video wir hatten jetzt nach der Leiter um die Aufnahme dann beendet das wir gar nicht wollten und freiwillig die Aufnahme beendet und auf jeden Fall tun sie sich schon mal sehr leid beziehungsweise mir tut es leid und ja tut mir auf jeden Fall leid ah das Mund Scheiße jetzt bin ich gekillt worden man scheiße da liegt's Auaau mann da liegt's auch dabei bei uns ohja Aua ich hab mal dann nach oben meinen kleinen Freund hier der nicht zu uns gehören sollte ja ich hab die UMP45 es ist schon gesagt ja es ist etwas verpeilt für Sorge dafür wegen ihr warum der Zeitung aber wieder mal gemacht die Runde geisteskrankten und ja die Sänger kamen noch zu spät in dieser Ausraste entfangen auf Fasselschlech der Europäer nicht so viel die die Schalke ich habe mich nicht gesehen was hat der denn bitte der M2 40 da war es mir die HB okay ja wir hatten im letzten Jahr so wie ein Eckart gemacht haben aus Versehen hatten wir das würde ich dir den hol ich runter das was machst du die Westen für sich Auerhaft ist das ist mein Bestes Frau oder er hat sich schon ein bisschen länger ja dass wir es aufgenommen die Leute sehen gestern vorgestern ja irgendwas braucht auf jeden Fall ich bin auch von der SVD das ist so das ist noch nicht so witzig Alter ich bin gekommen und dann und dann auch Leute Mann du bist so ein nubischer Typ ja ich ich bin ins Spiel gekommen und ja was war da totale Eskalation und wie er mich alle kennt ich weiß jetzt in der Vordergrund weil er sich jetzt wegfährt ist das geht es doch nicht kommt die Geschichte Panzer tschüss alter Hammerstein oh mein Gott ich bin oh mein Gott ich bin der MG3 raus nur jetzt bin ich da und der MG3 nein ich bin nicht da ich bin nicht da ich bin ja das ist jetzt noch ein kleines Anschlussvideo noch er hat sich doch auch gesagt und ich bin bei dem der Zeitungen ja 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 ich glaube schon ich glaube schon alter Verpackung der Kacke wo kommt denn jetzt der Panzer her aus dem Land aus dem Land die Schrift ab ab der die ich bin in den ich bin ich bin also was ist denn bei jetzt der und auch und der hat es nicht warum ich habe doch genau abgeschrieben du brauchst nein da wenn du den es nicht ja geht doch ja also das 25 sonst ich bin gekommen ins Game und du bist sofort getötet worden nein da hatten wir nur da haben wir verloren jetzt siegen wir auf einmal es kann nur an mir liegen weil es so gut sind oder du hast es die gewechselt nein das ist eine andere klar ok gut da drüben ist einer rechts war einer links war einer überall war einer da links ganz wieder rüber gehen Alter komm geh weg geh hau ab verpiss dich Alter ich sag das ist du bist gerade auf zu fahren du musst jetzt hier mal was los werden 2m oder so von mir entfernt ja genau da konnte ich mich mal schlechter hören als jetzt man muss mich ja nicht hören aber ich du bist einfach scheiße so da ist es so weißt du irgendwo steht hier was ich weiss oh leider auch nicht das ist meine feine oh mein gott oh mein gott alle tot alle tot und da hinten da ist ein sniper fuck da komm ich nicht hin ja das wusste ich das war zu ja du bist aber du hast trotzdem eine 7 zu 5 mit 2 500 Punkten das ist ja schon mittelmäßig ja das ist scheiße ne jetzt musste ab zu B denn der Typ macht sich über B her um den Jagster und eine APG zwischen die Nasen fein auf zwischen die Nasen sehr schön tschüss alter dein Ernst war zu hochgezogen das ist dein Ernst ja das ist das ist ich kann sehr gut sie sind gerade die 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 der er die 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 in mächtung Victory von also auch der geschafft ja geil selbst nur wegen mir und nicht leichter ist alles nur wegen mir Junge die zuvor leicht vorn abends trennen ja bis drei Jahrhundert jetzt er will natürlich auch alles nur wegen mir weil ich dachte es ist immer abkühlen was ist das denn was geht hier und die heißt es ist möglich ja es war alles geplant selbst so einfach zu weit von mir ist und sagt noch gleich oder du hattest ihm damit ein Hedgefonds ist es nicht zu kommen und auch der Typ das kommt auch drauf 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 sein Städten der Karrein also doch auch was soll ich noch machen Junge alle reinkommen die es ist die die Treppe trefft ich nicht er hat sogar 6 70 gesünder ach das ist mir doch egal da ist nach rechts gelogen irgendwo muss er sein da war er Punkt noch mit holen und dann umdrehen und BAM das war gut gehen das war die Orte eine Punkte sie sind bei uns er ist die 1 Jahrhälfte in der Runde ein Stoffer der Räder schießen auf die Räder schießen alle Stoff man kann doch man in der Nähe ist was ich nicht nervös so jetzt haben wir auch was ist denn das ist von 5 mehr wobei er auch steht auch Aachen der Stichenten okay wenn sie es an ein schönes Malbien so dass er sich in z.B. und das ist die Köln der Sieg Sieg Buh in einem Runde die Erleichter Saison und schnütteln hier kann man doch alles zusammen es ist doch ein das ist doch ein und dasselbe ist doch ich gar nicht erschöpfen weiter geht es ja das war und der eine hohe zufrieden soll er sich aus die russchen ja ich bin nächster und die abgabend der brüchse präsentiert mit erfahren kann die drei jahre ich kann am besten während des Spiels noch mal kurz in wenn wir dann wieder gucken wie der und der Herr doch nicht da hoch Junge was ist denn ernst Junge Obo ist halt nicht bleibt es nicht hier stehen das kann ich denn ernst sein ich hätte schon was gedacht dass der aussteigt ich hab schon gedacht er bleibt hier stehen aber wie so ein geistesgestörtes Kind nee da muss es ist ein Schnaubert erlässt mich jetzt hier ist auch noch jemand nach Bestrafung Junge ist das dein Ernst sag mal was ist das denn für einer nur ein Teamplay oder gar kein Team aber dafür das ist einfach nicht Teamplay Fabi das sind die Egoisten unter den Spielern natürlich na guck mal Pionier kann heilen kann nicht mehr Pionier kann Fahrzeuge äh wieder reparieren und unterstützt so mit Teamkameraden und der Medi kann heilen der Sturmsoldat verteilt Munitionspakete und was macht der Sniper nix nö der holt alle von hinten weg macht sein eigenes Ding nix sieh 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 das ist ein Egoist ist heisst nicht dass alles nah bei Egoisten sind aber gut machen halt alle gern die eigenes Teamplay ist wenig die können nur Paisender machen oder die haben noch so ein komisches Ball eigentlich noch so ein Bewegungsmelder ja so ein Bewegungsmelder sehr witzig und dann haben sie noch Dingenssprengstoffe what the hell das Ding ist von uns mega schlecht das tut das schon aus das tut das schon aus oh Invasion aber was geht das ab genau weiter 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 Vorkan 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 und da kommt der Truppenhelder da ist einer rechts fuck 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 den habe ich nicht gesehen es gab viele raus ich dachte da ist keiner ich dachte mir schön ich habe den ersten gleich rechts gesehen ich dachte 8x steht AHAH KOMM oh man hoffentlich meine Fahrzeug meine Fahrzeug meine Fahrzeug nein mach ich nicht das ist sinnlos doch jetzt wärs komm sehr gut sehr schön links war echt WAS weißt du was ist denn hier schief gelaufen bei dem hä hat der gelitten in seinem Leben weißt du irgendwie durch das Ding durchgeschlossen ich habe keine Ahnung wie du das hingekriegt hast da drüben ist noch was und nachladen O.B haben sie sich geholt nicht so gut na dann mach mal hin zu B dann mach mal hier hoch dann mach mal hier hoch dann mach mal hier hoch hoch und runter Auf ich geh mal auf Waffe und schalten denn da drüben glaub ich hab ich jemanden gesehen Ja DVD ist auch nicht mehr das tollste Leute was hä hä ich dachte da ist noch nicht ich dachte auch da ist jemand ich weiß wie so ich hab noch nicht Du sollst es dann lieber zu B immer nehmen das Ding bestimmt fast da ja wenn man sie zu schleben breng nicht grad viel scheiß drauf zu fahren gibt es noch Ich geh jetzt bis dahin fahren und dann aussteigen. Oh waja, das ist nicht so lecker. Was machst du? Das Ding ist tot. Ich wusste ja nicht, dass er die so weit weg schließt. Äh, so weit weg. Dann schelten sie jetzt auf das Haus und wo sie alle runter? Da oben auf dem Dach sind... Haha, ich hab runterholen gesagt. Das war nicht so witzig gemeint, ne? Oh, da hinten einer. Dann krieg ich nicht gekillt, Junge. Hey, das hab ich nicht gekillt. Ich denke, oh was ist denn jetzt hier los? Ach, cool. Was du vor allem nicht attackiert musst, dass du hier einfach umlaufen kannst. Find ich auch witzig. So. Die spawnen hier auch, ne? Das ist auch gerade gemerkt. Aber erst unten im Haus. Das heißt, du musst ab und zu mal umdrehen. Oh, das stimmt. Stimmt ja. So haben wir den nicht gehabt. Aber man soll ja nicht zu viel meckern. So, komm. Das jetzt eigentlich... Oh, komm. Fuck, fuck. Hier treffe ich den nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Oh, da bin ich getroffen. Kommt's nicht gut. Kommt's nicht auch hier hinten in der Ecke. Hat er ernsthaft ne RPG auf dich geschossen? Ja, aber ich hab keine Munition mehr. Weiß ja jetzt. Das ist lustig. Spawn kill. Nachtladen. Hier muss ich nachladen, fuck. D ist neutral. Scheiße. Oh, mal. Das ist ganz klar. Das ist da hoch. Ich hab auch noch B. Oh, das ist da. Ne, das ist nicht da. Nein, die Abo. Oh, das ist da. Der Dreh da drüben. Das kommt gleich da lang. Oder das Dreh kommt nochmal wieder. Jawohl. Das sind immer so zwei und dann treff ich mit dem zweiten. Was? Ich hab gar nichts mehr. Ich bin voll down. Ich hab die Mainz gerade deswegen Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Fuck. Jetzt spawnen die auch noch hier. Scheiße. Spawn unten hin. Spawn, spawn, spawn. Also wenn sie schon jetzt spawnen, dann auf meine Kost. Dann wird der auf meine Kost. Dann wird der auf meine Kost. Oh, und ihr siegt sogar leichten Tonvorsprungen. Genießt ihr. Okay, warte mal. Und jetzt wird's interessant. Oh, Mann, das ist so Nubi spawn kill. Aber bitte. Manchmal wissen sie es ja auch, dass ihr da seid, ne? Es kann sein, dass jetzt auch D-Neutral wird. Denn jetzt sie sagt, dass einige von euch vorrücken. D-Neutral. D-Neutral, sehr gut. Vielleicht kriege ich in der Position mal Munition irgendwie hin. What the fuck. Das tut. Hat er mich wirklich mit dem Ding da abgeschossen? Ja, hat's euch liegen gekriegt. Okay, jetzt ist der Pistol Action. Ja, die haben so einen komischen Bogen für mich. Knurperlauf. Kranker Pistol Action. Hoffentlich schreck ich gleich mal. Ja, und das war eigentlich jetzt auch gewollt. Also, das ist eine Fahrzeuge bei mir hinlaufen können. Das war alles gewollt. Stimmt, ich hab auch keine Arme gegeben mehr. Ich hab auch Fahrzeug hab ich irgendwie auf... Da unten war es einer. Da unten drin. Das tut. So, ab zu B, Bobby. Nee, stimmt. Ja, ich hab auch das Dach. Na, dann kannst du bei B nicht viel reisen. Na doch. Tracer und dann abschließen. Oh, dann krieg ich die von hier oben schön da rein. Ah, die seh ich nicht so. Oh, da drüben! Wo denn? Ist Anwerfernerlich. Da so. Oh, das Ding ist tot. 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 Überhaupt nicht fliegen, Alter. Nein. Überhaupt nicht. Ihr seid draußen, ne? Gut, dann kommen die von links. Ist mir egal von wo sie kommen. Selbst A habt ihr ja. Wir haben alles. Oder B. Ja, oder B. Aber ich könnte jetzt hier gleich wieder einen reinhauen. Und Treff. Jawoll! Oh, da war ein schöner. Jawoll! Ich hab nie gedacht, das Kampfhelis wirklich zu schnell. Wir haben hier sonst nie zurückdich abschließen können. Wir können Helis irgendwie, krieg ich nicht so richtig gut dauernd. Kaputt. Kaputt! Mein ich doch. Aber jetzt irgendwie. Der bringt das gerade eben nichts mehr so richtig hier oben zu stehen, außer die Helis abzuschießen. Oh mein Gott. Ah, haben sie sich gut. Oh mein Gott. Na, jetzt musst du langsam wieder aktiv werden. Denn das bringt nichts mehr. Ja, ich denke auch, dass das langsam nichts mehr bringt. Hier rum zu campen. Was willst du denn von mir? Okay, Spaß. Mal, da geht's. abfixieren. BTR da steht. Nee. Ich glaube, steht da keiner da echt. Weiß ich nicht. Ich fahr mal, ich guck mal, BTR mal dritten steht. Dann willst du dich aufmachen zu B bzw. D, äh, A. Ja, dann geht's ab. Ja, wir haben ja noch 400 Punkte Zeit und dieses Letzte. Ja, komm, bitte. Jawoll. Nein. Hat geholt. Nein. Doch, doch. Weil die Kampfstelle genehmt. Doch. Doch. Doch ernst. Doch ernst. Doch ernst. Doch ernst. Doch ernst. Doch ernst. Kann sein mitfahren. Dann überhol dich dich jetzt aber. Krankes Rennen. Du bist nicht. Was auf. Doch. Geh mal, ich will vorher sagen, na, das ist ja ekelhaft. So, jetzt geht's auch zu B. Ich mach mich jetzt zu B. C wird gerade obert. Ich mach mich mal. Okay. Jetzt geht's zu D. Aber wenn wir C, wenn C obert wird, dann werden sie auch bald wieder auf. B hat dann. What the fuck? C. Oh mein Gott. Die wird gerade richtig schön. C, meinst du. C, meinst du. Oah, ich hab mir den Schuss genommen. Was machst du? Ha! Was ist das denn für ein Fail? Habt ihr die Bombe gesehen? Sie war so langsam. Oh mein Gott. Links-rechts. Links-rechts. Links-rechts umgehen. Gucken. Links-rechts. Gucken. Oh, scheiße. Das war jetzt. MP7 auf Nadestanz. Ja gut, die sind im Nahkampf um einiges spüren. 1 zu 2, 3.000 Punkte trotzdem hast du keine 4.000 Bisher Ah scheiße Ich weiß nicht ob die Ah, ich geh aufs Dach, warte mal dann kann ich die Töne bei C wegholen Oder? Ne, dann hol ich erstmal den hier weg Komm mit, Freundchen Jetzt hol ich erstmal meinen Kollegen hier Der schon da ist, weil er in der Uppercand da steht Da drinnen, weil bei den Steinen sind sie Da drinnen werden sie jetzt geholt Bei den Steinen stehen sie Da Sniper, ja, gut dann bringt mir das jetzt vielleicht gar nicht rum Kannst du jetzt nochmals Dumm-Digel da zuhaar fahren Ich könnte auch mal eine Runde vorrushen und dann hier den Gegner mitnehmen Und dann einfach mal töten, ne? Genau Das wäre alles eine Variante Ich wollte eigentlich nur vorrushen, aber egal So komm, lad nach Fuck, renn mal bis zum BTA Runter, und Medic, ach komm, ich dachte das ist ein Medic Ne, Pionier, fuck Stop 2.3 C Und Habter Und auf zu A Ich lebe weg von den Steinen da Woah Jetzt ist das jetzt so süß, ich will zu dir, ich will zu dir Jetzt muss ich zu dir Auf geht's zu dir Fuck, hier geht's am besten rum Da ist ein Dach links Wo ist denn, wo ist denn Dach? Da ist ein Dach Links ist eine Leine gewesen zum Dach Da kann man auch schön kämpfen Ich campe da, wo ich möchte Fuck, 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 fuck Ich campe hier Das ist nur Business Okay Das ist so minderwertig und süß Aber es ist Spawn King Es ist einfach nur böse Ja natürlich Aber es bringt Punkte Es ist effektiv, Junge Es ist wirklich effektiv Der Typ heißt aber auch ein lustigen Laden, ne? Fuck, 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 fuck Ah! Oh, ne aus dem Haus Aus dem anderen Haus hat er dich abgeholt Oh, ne aus dem... Ne, nicht aus dem, oder? Doch Da sind wir ja ständig, sehen wir nicht Da steht oben am Dach Ja, den wird aber jetzt hier wieder gekillt Also ich mach jetzt wieder Spawn Kill Die letzten... 40 Punkte Willst du das machen? Ja... Ja, weiß nicht Die ist ja immer noch Die ist oder das ist gut Vielleicht nehmen wir noch eine Runde jemanden mit hier Vielleicht, weiß ich nicht Aber vielleicht... 14 zu führen Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Schöne Punkte So... Oh mein Gott Das ist lustig Goh Du hast dich nicht mehr rein Ich bin ja dann Der Weiß, wo du bist... Da rechts oben, da aus und rabbula rausgucken Aber wir sind sie Freunde und... Ja recht akzeptabel KT, was weiß ich jetzt? Und, und, und... Läufe, läuft schon So, und rein bis zum nächsten Mal Tschüss Und, 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 und. Tschüss!